Es geht hier mehr darum, einige Begriffe zu klären und in dem Zusammenhang kann man sich gleich auch, wenn man den Begriff, also die Terminologie geklärt hat, mit den entsprechenden Quantitäten, also mit den Werten vertraut machen. Der erste Wert, der interessant ist, ist dieser hier und zwar die zugeführte Luftmenge und zwar in Kilogramm, also müsste man genauer eigentlich sagen, die zugeführte Luftmasse bezogen auf die theoretisch benötigte Luftmasse und die theoretisch benötigte optimale Luftmasse, die liegt bei ungefähr 14,8 Kilogramm Luft, die ich benötige, um ein Kilogramm Kraftstoff zu verbrennen. Also diesen Wert 14,8 von mir aus auch 15 Kilogramm, den sollte man parat haben. Hier nochmal, also das Luftverhältnis Lambda ist definiert als zugeführte Luftmasse bezogen auf die theoretisch benötigte Luftmasse und hier haben wir dieses Verhältnis. Ihr seht, hier ist im Grunde genommen Lambda gleich 1, das bedeutet, ich führe in unserem Fall einem Kilogramm Kraftstoff 14,8 Kilogramm Luft zu. Theoretisch richtig ist es für mich, Lambda gleich 1. Gut, auf der anderen Seite jetzt hier immer die, man kann sagen, korrespondierenden Mischungsverhältnisse, also 14,8 haben wir schon geklärt. Suchen wir uns mal einen anderen extremeren Bereich aus, beispielsweise die Zündgrenze Mager, das ist ein Lambda-Wert von ungefähr 1,3. Das heißt, dass die zugeführte Luftmasse größer ist als das, was ich eigentlich benötige. Also ich habe einen Wert, der ist in dem Fall jetzt hier bei 19,2. 19,2 geteilt durch 14,8, was ich tatsächlich eigentlich nur benötige. Und dann kommen wir auf diese Zündgrenze 1,3. Das ist jetzt hier ein ganz normaler Saugmotor, bei dem wir eben dieses maximal mögliche, also diese Zündgrenze Mager eben haben. Gut, ansonsten ist das Diagramm hier nicht sehr spannend. Vielleicht noch ganz interessant, also unsere maximale Leistung, die erzielen wir tatsächlich, wenn wir im fetten Bereich sind, also leichter Luftmangel im Verhältnis 1 zu 13,3, also Mischungsverhältnis, Lambda-Wert 0,9. Da haben wir Maximalleistung. Das ist im Grunde genommen die Volllastanreicherung, die wir erzielen, wenn wir das Gaspital komplett durchdrücken. Das ist im Grunde genommen die Volllastanreicherung, die wir crime situationen haben, die wir uns hier verletzernen haben. Das ist im Grunde genommen die Volllastanreicherung, die wir das Gaspital komplett durchdrücken müssen. Das ist die R und die Runden zu dem aktuellen, also die Rundfunk-Land 4. Das ist im Grunde genommen die Rundfunk-Land 3. Das ist im Grunde genommen die Rundfunk-Land 1 zu 15,3. Untertitelung des ZDF, 2020